Wir sind Ad Astra Bochum und wir stellen uns heute ein bisschen vor und unseren Verein und erzählen euch, was wir so machen. Hi, ich bin Martha vom Verein Ad Astra Bochum. Wir sind ein lokaler astronomischer Verein und wir arbeiten regelmäßig mit dem Planetarium zusammen. Wir haben schon einige Veranstaltungen miteinander gemacht, zum Beispiel die Mondfinsternis im Januar 2019 oder den Tag der Astronomie im März oder April 2019. Dann haben wir noch eigene Veranstaltungen, die wir gerne machen, zum Beispiel auch die Mondfinsternis auf dem Tippelsberg, das war im Juli 2018. Wir arbeiten gerne und viel mit dem Planetarium zusammen. Ja, hallo, ich bin Oliver und ich bin im Verein Ad Astra derjenige, der sich ein bisschen um die Geräte kümmert und die wollen euch gleich auch mal so vorstellen, was da so viel verschiedene Sachen so gibt. Ja, und das schauen wir uns dann gleich mal an. Hallo, mein Name ist Christian. Ich bin dann das jüngste Mitglied und bin eigentlich so viel IT, zuständig und mache so ein bisschen auch Außenarbeit und werde auch gleich so ein bisschen die Teleskope vorstellen. Hallo, ich bin der Oliver, der zweite Oliver im Verein. Ich bin Gründungsmitglied des Vereins Ad Astra, seit 20 Jahren gesteht mittlerweile. Mittlerweile auch Geschäftsführer und mein Hobby, eben Hobby ist die Astrofotografie, die ich euch auch irgendwann mal in einem weiteren Beitrag vorstellen möchte. Mein Name ist Hermann Lüdecke, ich wohne in Hertingen und bin seit über zehn Jahren Vereinsmitglied. Und Michael Geisler, als ich meinen Antrag stellte, da habe ich auf einen Fehler im Formular hingewiesen. Da meinte er, man hätte auch schon Anträge auf dem Bierdeckel entgegengenommen. Das ist über zehn Jahre her. Heute wollen wir mit einer Serie starten, in der wir euch Teleskope vorstellen. Unterschiedliche Bauarten, unterschiedliche Montierungsvarianten. Gerade in der Vorweihnachtszeit ist es ja ein Geschenkethema. Leider muss man sagen, dass der Markt momentan ziemlich abgegriffen ist. Nichtsdestotrotz möchten wir euch gerne einige Dinge vorstellen. Vielleicht könnt ihr ja im Internet stöbern, auch bei Ebay oder so. Und das entsprechende Gerät für euch vielleicht gibt es so zwei gängige Arten von Teleskopen. Natürlich gibt es mehr, aber bei uns lernt ihr jetzt in dieser Serie einen Nude kennen und einen Refraktor. Das hier ist ein gutes Beispiel für ein Newton-Teleskop. Das ist gleich für Dr. Dobson. Und was wichtig ist bei den ganzen Teleskopen, sind auch die Montierungsvarianten. Hier seht ihr eine asimultane Montierung, darauf den Refraktor. Und hier drüben zum Beispiel seht ihr eine parallaktische Montierung. Was es damit auf sich hat, wofür welche Montierung besser ist, das werden wir euch in unserer Serie oder im Laufe unserer Serie Wir werden häufig gefragt, warum sehe ich hier im Ruhrgebiet nicht so viele Sterne? Warum muss ich immer weiter rausfahren? Und vor allen Dingen, wohin sollte ich fahren, wenn ich wirklich mal was sehen will astronomisch? Und dazu gibt es eine Karte, die der Olli uns vorbereitet hat. Das ist die Lichtverschmutzungskarte. Olli, erzähl mal, was sieht man auf dieser Karte? Also das ist eine Karte, die wurde von Satelliten aufgenommen, also mehrere Perlaufnahmen auf der Karte sieht man einen Teil von Europa. Unter anderem auch, wo wir uns befinden, das ist ungefähr hier. Man sieht eigentlich, dass es bei uns gar nicht so schlecht ist, aber im Vergleich jetzt zum Beispiel zu Paris oder hier Holland oder Belgien, da sieht es viel, viel cooler aus. Weil wir können uns zum Beispiel in Richtung Born bewegen, also Münsterland, Haltern, die Ecke oder auch ins Sauerland. Und da ist es schon wesentlich dunkler und es lohnt sich auf jeden Fall dann mal ruhig irgendwie, sag mal so 80 bis 100 Kilometer zu fahren, um in eine Ecke zu kommen, wo es halt dunkler ist. Und da dann halt zu beobachten und man sieht dann einfach auch Objekte, die man hier noch nicht mal erahnen kann, schon teilweise manchmal auch mit großem Auge. Und ja, da ist es auf jeden Fall, sind auf jeden Fall bessere Bedingungen. Und die Beobachtung in der Stadt beschränkt sich hauptsächlich, würde ich sagen, auf Mond, Planeten, mit entsprechenden Filtern auch am Tag, die Sonne. Nur mit speziellen Filtern, da kommen wir später nochmal zu. Und für Galaxien oder planetarische Nebel oder so, ist es auf jeden Fall besser in den Gegend zu fahren, wo es halt dunkler ist. Okay, also das ist die gute Nachricht. Die schlechte ist, wir leben mitten in einem Licht-Hotspot so gesehen. Aber die gute ist, wir müssen gar nicht so lange und gar nicht so weit fahren, um aus diesem Hotspot rauszukommen und ein bisschen dunklen Himmeln genießen zu können. So, als erstes wollen wir euch hier ein kleines Tischstedeskop vorstellen. Das ist ein gutes Gerät, was man seinen Kindern schenken könnte. Es ist relativ günstig. Ich glaube, das kostet so um die 70, 80 Euro und als Einsteigergerät tatsächlich für Kinder gut geeignet. Erwachsene sollten, wenn sie in das Hobby einsteigen wollen, schon ein bisschen mehr ausgeben. Aber Kinder, bei denen man nicht weiß, bleiben sie jetzt an dem Hubel dran oder nicht, für die ist das super geeignet. Olli, möchtest du uns was zu diesem Teleskop erklären? Ja, das ist recht einfach aufgebaut. Das stellt man auf den Tisch, kann man drehen in verschiedene Richtungen. Das kann man natürlich abmachen. Im Prinzip richtet man das einfach aufs Objekt aus und nimmt halt erstmal eine kleine Vergrößerung, sprich also relativ langbrennweitiges Okular, dass man vielleicht so maximal 15-fache Vergrößerung hat, stellt das Objekt ein und dann kann man ein Okular nehmen mit einer kürzeren Brennweite, was dazu führt, dass die Vergrößerung wesentlich größer wird. Kann damit schon super den Mond, Planeten aus der Stadt, vielleicht das eine oder andere Objekt, Galaxien eher nicht, aber so für Kinder und für Leute, die nicht so einen hohen Anspruch an die Optik haben, ist das schon ganz gut. Das wird von verschiedenen Firmen angeboten und wie die Martha schon gesagt hat, ist es relativ günstig, für Erwerben und für Acht und Zomaten ist es ganz gut geeignet. Wenn ihr euch so ein Teleskop kaufen wollt oder sowas in der Art, googelt gerne Tischteleskop oder dieses hier heißt First Scope. Und Olli, ich sehe oder ich habe gerade gesehen, du hast dort auch einen Feldstecher, ein Fernglas aufgebaut. Was hat es denn damit auf sich? Also man kann auch mit Fernglas schon das eine oder andere Objekt gut sehen. Das ist natürlich von der Vergrößerung her relativ gering. Achtfache Vergrößerung oder siebenfache Vergrößerung, je nachdem was man hat. Das hat jetzt 50 mm Öffnung. Kann man aber schon, wenn man in einer dunklen Gegend ist, kann es ja auch mitten im Urlaub schon ganz gut benutzen. Um zum Beispiel, ich sage jetzt mal eine Galaxie zu sehen. Und deswegen auch den Jupiter mit der kleinen Vergrößerung kann man beim Jupiter schon die Monde sehen. Wenn man es auf ein Stativ macht, ist es ganz gut. Man muss es nicht in der Hand halten, verwackelt nicht. Man hat eigentlich ein ruhigeres Bild dadurch. Und selbst mit so einem kleinen Fernglas, was der eine oder andere hat, kann man durchaus schon astronomische Überbeobachtungen machen. Ja, also wenn ihr irgendwie ein Teleskop habt oder der Vater, der Großvater, der Onkel, nicht ein Teleskop, sondern ein Fernglas habt, könnt ihr gerne mal tatsächlich dadurch gucken. Auf diese Idee kommen nicht so viele Leute. Aber da könnt ihr euch mal den Mond anvisieren oder im Moment sind auch der Saturn und der Jupiter gut zu sehen. Und könnt ihr anvisieren, könnt ihr mal durchgucken. Wobei, Saturn wird man mit einem Fernglas nicht so viel sehen. Ist leider so. Da reicht dann für die Vergrößerung nicht. Aber Jupiter, da kann man dann durchaus schon, ohne so das eine oder andere Objekt, was neblicht die Fuß, dann durch das Fernglas erscheint, kann man damit auch dann. Ich ruhig mal einen schon. Ja, das wären erstmal so unsere beiden Einsteigertipps fürs Hobby. So, kommen wir zu der nächstgrößeren Variante, die ihr euch holen könnt. Hier seht ihr einen Refraktor auf einer Art simultanen Montierung. Das hört sich alles sehr kompliziert an, ist es aber gar nicht. Vielleicht ein bisschen. Der Oliver erklärt uns jetzt ein bisschen was zum Refraktor und zu der Montierung. Ja, also es ist ein relativ einfaches Gerät. Also das kriegt man so 150 bis 200 Euro schon. Der Vorteil hier dran ist, das kann man gut auf den Balkon stellen. Man hat keine komplizierten Mechaniken. Das ist am Anfang auch ein bisschen kompliziert, wenn man mit einer Montierung anfängt, die auf Polarstern oder so ausgerichtet werden muss. Hier hat man einfach nur zwei Achsen, die man bewegt. Rechts, links, rauf, runter. Das kann jeder. Und man kann damit schon wirklich sehr gut Mond, Planeten beobachten. Und das geht vor allen Dingen vor dem Balkon gut. Weil auf dem Balkon habe ich jetzt nicht unbedingt die Möglichkeit, eine parallaktische Montierung, also die ich auf dem Polarschein ausrichten muss, auch so einzustellen, dass sie dann da funktioniert. Also das ist wesentlich einfacher. Man hat hier halt das Okular, was die halt die Vergrößerung hat, stellt hier die Schärfe ein. Wenn man eine höhere Vergrößerung hat, ist es schwierig ein Objekt zu kriegen. Dafür gibt es hier so einen Peilsucher nennt sich das. Das ist relativ simpel. Das Gerät vergrößert nicht. Das heißt also, man visiert das an, wie bei einem Gewehr, wo man das Ziel anvisiert. Man hat hier drin einen Leuchtpunkt und da, wo der Leuchtpunkt rein drauf fällt, da hat man dann quasi auch das Objekt. Wichtig ist, dass man es vorher tagsüber einstellt. Man muss das einjustieren. Das, was man hier sieht, auch auf dem Punkt dann nachher quasi zu sehen ist. Das wollte man vorher machen, nicht im Dunkeln. Einfach irgendwo einen Kirchturm nehmen, Objekt anvisieren oder einen Kirchturm anvisieren oder einen Baum oder irgendwas anderes, was weiter weg ist. Dann hat man nachher, wenn man Objekte am Himmel sieht, ist es nicht so schwierig, das zu finden, weil das ist nämlich manchmal gar nicht so einfach. Das Objekt, das man sucht, selbst wenn es der Mond ist, direkt hier zu sehen, wenn man das einfach nur so grob einstellt, muss man schon das irgendwie anders machen. Und dafür ist so ein Peilsucher sehr gut geeignet. Ja, das ist jetzt schon noch zu sagen. Das ist doch eigentlich so das Wichtigste, was man bei so einem Gerät so bedenken muss. Okay, also ich fasse mal zusammen. Das ist ein Refraktor, Preisklasse circa um die 200 Euro, hat simultane Montierung, relativ einfach für Ansteiger zu bedienen. Man sollte das Gerät tagsüber ausrichten. Einfach aus dem Grund, weil wenn es schon vergrößert ist und nachts irgendwie gegen den Himmel richtet, man findet nichts. Das muss man unbedingt tagsüber ausrichten. Ja, ein sehr gutes Einsteigergerät vom eigenen Garten oder auch vom eigenen Balkon aus nutzbar. Aber je nachdem, was für Ansprüche man hat, kann man dort schon einiges sehen. So, jetzt stellen wir euch ein Dobson vor. Das Gerät ist auch relativ einfach zu bedienen. Und Olli erzählt uns jetzt ein bisschen was zu dem Dobson. Also, Dobson Teleskop, der Name kommt daher von John Dobson, war ein Amerikaner, er hat sich halt gedacht, ich will ein Teleskop bauen, was eine relativ große Öffnung hat, aber trotzdem recht simpel aufgebaut. Das heißt, es steht auf dem Boden. Ich kann es simultan bewegen, also drehen und kippen. Es hat für die Größe, die es jetzt hat, sieht sehr impulsant aus, schon die Möglichkeit, da wirklich Objekte mitzusehen. Sonst nicht erschließen. Das finde ich noch, ist relativ handlich. Also, man kann es ins Auto packen, mal rausfahren, wo es ein bisschen dunkler ist und da aufstellen und dann wirklich, ja auch schon, sag ich jetzt mal, Galaxien sehen oder Nebel, plantarischen Nebel. Dafür ist das sehr gut geeignet. Und hier ist jetzt kein, so wie jetzt bei dem Refraktor, ist es ein normaler Sucher drauf, kein Leuchttungsuch. Aber auch hier würde ich auf jeden Fall empfehlen, einen Leuchttungsucher zu nehmen, weil es dann wesentlich einfacher ist, das Objekt zu finden, als wenn man jetzt so ein kleines Fernrohr hier oben drauf hat. Da ist es schon schwierig, hat schon eine sechsfache Vergrößerung, ein Objekt zu finden. Da ist es einfacher, wenn man dann auch wieder so einen Leuchttungsucher hat, wie vorhin auf dem Refraktor. Aber für Kinder ist es auch gut geeignet, Kinder können hier noch locker hier rankommen, wird einfach hier reingeschaut und ja, wie gesagt, man kann damit schon eine Menge sehen. Preislich liegt es so um die drei, maximal 400 Euro, so in der Größe und man bekommt schon eine Menge Teleskop für das Geld und das ist, wie gesagt, auch unkompliziert. Für den Balkon ist es nicht so gut geeignet, weil, wie man sieht, steht auf dem Boden, müsst ihr dann über die Brüstung schon schauen können. Sollte man schon irgendwie einen Garten stellen, auch auf einer Dachterrasse, auf jeden Fall, wo man diese Einstellmöglichkeit dann nutzen kann, wenn es sonst nicht geht. Olli, eine häufige Frage, die wir immer gestellt bekommen, ist, wie viel kann man denn damit sehen und das wievielfache kann man vergrößern? Kannst du denn dazu etwas sagen? Also die meiste Frage kommt, oder die häufigste Frage ist immer, wie weit man damit sehen kann. Das stimmt. Man kann mit dem Teleskop ungefähr genauso weit sehen, wie mit dem bloßen Auge, nämlich eigentlich unendlich weit. Die Frage ist natürlich, wie hoch kann ich vergrößern oder müsste sein, wie hoch kann ich vergrößern. Man kann sagen, die Vergrößerung errechnet sich daraus, wie man jetzt zum Beispiel den Durchmesser des Objektivs nimmt. Ich sage mal, hier habe ich 200 Millimeter Durchmesser. Kann man so um den Daumen gepeilt sagen, ich kann damit 200-fach vergrößern. Aber selten ist es möglich, so hoch überhaupt die Vergrößerung hochzutreiben. Ich sage mal, so 100-fache Vergrößerung ist so meistens das Maximum, weil einfach die Luftunruhe mitvergrößert wird, ich ein sehr unruhiges Bild bekomme und das Beobachten dann einfach nicht mehr schön ist. Also es ist oft so, dass ich mit einer kleineren Vergrößerung mehr sehe, weil ich auch ein größeres Gesichtsfeld habe. Viele Objekte sind halt auch ausgedehnt. Klar, bei Planeten, Mond oder so ist eine hohe Vergrößerung besser geeignet. Aber wie gesagt, maximal so 100-fache Vergrößerung, gerade so aus der Stadt, würde ich sagen, ist so das, was wir so am häufigsten machen. Okay, danke schön. Also, wir kommen jetzt zu den etwas besseren Geräten. Also wer mit den Teleskopen gerade eingestiegen ist und ein bisschen schon bei dem Hobby dabei geblieben ist, der kann sich als nächstes dann um so einen Teil kümmern. Wir sehen hier einen Refraktor auf einer parallaktischen Montierung. Der Spezialist dafür, Oliver Aders, wird uns jetzt ein bisschen was dazu erklären. Vor allen Dingen parallaktische Montierung, was hat es damit auf sich? Ja, also der große Vorteil ist erstmal, man sieht es ja schon auf den ersten Blick gegenüber den Teleskopen, die wir vorher gesehen haben. Es ist schon größer, massiver das Ganze. Es ist sehr stabil, es wackelt nicht mehr so. Es trägt auch viel mehr Gewicht, 10 Kilo teilweise. Und der große Vorteil ist, wenn man es einmal ausgerichtet hat, diese Achse hier, auf dem Polarstern, und wir haben hier zwei Motoren drin. Einer für die Deklination, quasi für die Höhe, und hier einmal für die Stungenachse, für direkter Sension. Das heißt, ich habe meine Hände frei zum Beobachten. Sollte ich das Teleskop einmal ausgerichtet haben, an den Polarstern, laufen die Motoren, und ich kann mich um die reine Beobachtung kümmern. Olli, jetzt mal eine ganz doofe Frage. Was meinst du mit, du hast die Hände frei zum Beobachten, die Motoren laufen, was machen die Motoren? Also es macht ein Motor, und zwar der für die Stundenachse, der gleicht die Erddrehung aus. Der hat quasi, der ist auf die Geschwindigkeit abgestimmt, und wenn ich alles exakt ausgerichtet habe, wie gesagt, kann ich mich um die reine Beobachtung kümmern. Das bedeutet also, du musst dann nicht mehr manuell nachführen und die Erddrehung quasi rausdrehen. Okay. Dafür muss ich natürlich ein paar Sachen beachten, ein paar Sachen beachten. Und zwar als allererstes, wenn ich dieses Teleskop aufstelle, muss ich quasi das in Waage aufstellen. Dafür gibt es hier so kleine Dosenlibellen an der Seite. Dann kann ich das Teleskop in Waage stellen, als allererstes. Als nächstes stelle ich das Teleskop nach Norden aus, mit einem Kompass. Und als dritten mache ich dann die Deklination. Die stelle ich hier ein, auf der Seite, auf meinen Breitengrad. Also bei uns hier 51 Breite, nördliche Breite. Wenn ich das alles gemacht habe, habe ich eigentlich schon die Grundvoraussetzung für einen, wie sagt man, einen Normalbetrieb, wo ich jetzt quasi einfach nachführen kann mit dem einen Motor und brauche nur noch quasi beobachten und Okulare eventuell wechseln. Olli, und wofür denn so ein kompliziertes Gerät? Was kann man denn damit machen? Ich meine, das ist doch eine schöne Spielerei, aber was speziell machst du denn damit? Also ich mache damit dann Astrofotos. Dafür ist eigentlich auch der Teleskop-Typ so gedacht. Mit den kleinen Geräten, wie gesagt, muss man ja immer nachführen, hat immer, wie soll man sagen, so ein bisschen Unruhe da drin. Ich muss immer über zwei Achsen nachführen. Hier, wie gesagt, hab dann meine Ruhe. Und wie gesagt, kann dann auch, wenn ich es richtig gemacht habe, bis mehrere Stunden lang belichten. Die Fotos belichten. Und könntest du uns was zum Preis sagen? Wie teuer wäre so ein Gerät? Ja gut, also hier sind wir natürlich nicht mehr in der Einsteigerklasse. Ich sage, für alle die, die diesen kleinen Werdegang hinter sich haben, also von den kleinen paralaktischen Montierungen, äh, von den Azimuthal-Montierungen oder vom Feldstecher kommt, nach ein, zwei Jahren, sagt man vielleicht auch, ich möchte was mehr. Dann muss man natürlich auch ein bisschen mehr ausgeben. Also diese Geräte hier mit der Montierung, mit dem Refraktor, das kostet natürlich auch schon 5.000 Euro. Das ist schon nicht mal eben wieder. Wäre das denn auch günstiger machbar mit einer paralaktischen Montierung und einem Refraktor? Wie gesagt, dann mach mal wieder Abstriche bei der Stabilität und bei den, bei den Materialien halt. Okay, danke. Und zu guter Letzt stellen wir euch heute, ähm, ein SC vor, auf einer paralaktischen Montierung wieder. Olli, erzähl mal, was hat es mit diesem Teleskop auf sich? Also, das SC, das bedeutet Schmidt-Pestergren-Teleskop, ist halt ein Teleskop, was relativ kurz ist, aber eine sehr lange Brennweite hat. In dem Fall haben wir hier tatsächlich zwei Meter Brennweite. Das hat den Vorteil, dass man gar nicht so ein, Refraktor wäre jetzt fast zwei Meter lang, Teleskop auf dieser Montierung kommt. Und man hat ein relativ kompaktes Teleskop mit einer großen Brennweite, wie gesagt, und, ähm, auch einer relativ großen Öffnung. Ähm, eignet sich zum Beispiel auch sehr gut, wenn man jetzt, man kann, oder eine Dachterrasse hat, ähm, es ist halt sehr kompakt. Ja, man kann, hat den Einblick nicht wie beim Newton von der Seite, sondern wie beim Refraktor auch von hinten. Und, äh, das ist dann auch wesentlich, äh, einfacher zu handhaben, ne. Das heißt also, wenn ich jetzt hier die Klierung mal löse, ne, das ist nicht besonders, ne, ich kann das relativ leicht in jede Richtung schwenken, ohne dass ich da jetzt so einen ellenlangen Öschi wie bei einem Refraktor habe. Also, es ist auch ein Gerät, würde ich sagen, mehr so für Planeten und Mond, weniger für Galaxien oder so. Ja. Was bedeutet denn paralaktische Montierung? Kannst du uns vielleicht was zu der Montierung sagen? Also, eine paralaktische Montierung hat den Vorteil, dass ich, wenn ich die auf dem Polarstein ausgerichtet habe, nur noch in einer Achse quasi nachführen muss. Ne, das heißt also, dieses kleine Fernrohr wird auf den Polarstern ausgerichtet. Ähm, da ist hier drin nochmal so eine, so eine Strichmarkierung, dass man dann weiß, äh, wo muss ich den Polarstern jetzt genau anschauen. Und wenn ich das einmal gemacht habe, muss ich nur noch in der Regensationsachse, das ist die hier, nachführen. Ne, in dem Fall habe ich es sogar besonders bequem. Ich brauche das nicht von Hand machen. Es ist ein, äh, Motor angeschlossen. Der sitzt hier und führt die ganze Zeit quasi das Teleskop entgegengesetzte Erdrehung nach. Das heißt also, ich behalte das Objekt die ganze Zeit, wenn ich es richtig gut gemacht habe, weil meinetwegen die ganze Nacht, ähm, bleibt das immer im, äh, Okula zu sehen, no? Und das Gerät, was wir jetzt hier so sehen, aus wie vielen Teilen, also wie viele Einzelteile müsste man kaufen? Also wir haben hier einmal das Stativ, wir haben die Montierung, wir haben das Teleskop, erzähl mal. Wie viele Teile sind das und wie teuer wäre das komplett? Gut, das ist, so etwas ist dann schon etwas kostspieliger. Also der, ähm, ja, das Teleskop selber, das liegt dann schon im vierstelligen Bereich, das kostet über 1.000 Euro schon. Ähm, so eine Montierung liegt auch ungefähr bei 1.000 Euro, ist schon 2.000 Euro, was man da noch kauft, ist vielleicht ein etwas stabileres Stativ, ähm, als das, was serienmäßig vielleicht zu der Montierung gehört wird, muss man auch so um die 4.000, 500 Euro rechnen, ja? Ähm, dann ist hier noch so ein, äh, Pfeilsufra wieder, äh, der ist dann nicht ganz so teuer, den kriegt man dann schon unter 100 Euro. Ähm, dazu gehört noch die Steuerung, die muss man auch noch separat kaufen. Also hier kommt schon ein höherer vierstelliger Betrag zusammen, äh, ist mit Sicherheit aber auch für den Anfang, äh, völlig überdimensioniert, ne? Also das braucht man am Anfang definitiv, ist dann schon mehr was für die Profis oder die, die, ähm, das Hobby dann auch vielleicht länger, äh, äh, betreiben wollen und, äh, sich sagen, okay, ich nehme jetzt ein bisschen mehr Geld, den er hat, kann man natürlich machen. Muss jeder für sich entscheiden, klar, ne? Für sich entscheiden, ja. Fotografisch ist das Gerät nicht so gut, nur weil es halt nicht so lichtstark ist, ne? So zum Beobachten, wie gesagt, Planeten und so, sehr gut, ne? Okay, vielen Dank, Olli. Okay, vielen Dank. Vielen Dank.